Warum machen Sie Musiktheater? Fünftens, du musst dir einbilden können, alles zu sein. Fünftens, du musst auf dem letzten Loch laut pfeifen können. Nach was suchen Sie als Regisseur? Fünftens, du musst fünf Bücher auf einmal lesen können. Achtens, du musst gegen den Wind laufen können. Bis du nicht mehr atmen kannst. Wie sehe Ihr Opernluftschloss aus? Viertens, du darfst im Bett an nichts anderes denken. 10. Du darfst nicht schlafend sterben. 1. Du darfst nicht insklafen. 6. Du darfst ihn in die Möge. 6. Du darfst ihn del mattonik. 6. Du darfst ihn nicht hören.